Herzlich willkommen zu diesem Vlog. Wir sind heute in Maastricht beim Royals Cup. Michel, was ist der Royals Cup? Der Royals Cup ist ein Event hier in Maastricht für viele Business-Unis aus ganz Europa. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Insgesamt sind 19 Unis dabei, 1.500 Leute und dieses Jahr noch zum ersten Mal Pumpkin Careers. Wir haben zwei Teams. Tim ist ein Fußballteam und dann haben wir noch ein Basketballteam. Ich glaube, die anderen Mannschaften haben ein bisschen mehr trainiert als wir. Aber ihr seid talentiert, oder? Wir sind talentiert und dann schauen wir mal, was das morgen und so bringt. Hier ist auf jeden Fall die Bühne, hier geht es gleich richtig ab und morgen wird sich dann etwas sportlich auch betätigt. Borscht? Auch dabei? Also, wirklich? Nein, nein, nein. Nein, nächstes Jahr ist Borscht. Nächstes Jahr ist Borscht, dann spiele ich auch mit. 10 von 10. Sehr schön. Wir hoffen, dass das Wetter hinhaut, ne? Wir haben extra aus der Schweiz eingereist. Hi. Wie lange hast du hierher gebraucht? Neun Stunden. Neun Stunden, ja. Hat es sich bisher gelohnt? Alles für die Royal Cups. Alles für die Royal Cups. Das Pumpkin Team fühlt sich langsam aber sicher. Bisher sind wir nur so fünf, sechs Leute, weil richtig viele ein bisschen Verspätung haben. Aber spätestens morgen zu den Games sind dann alle am Start. Borscht schwitzt auf jeden Fall auf dem Spirit Award. Sehr, sehr schön. Ja, ist sehr gut. Viele Bilder gemacht, aber top. Sonne kommt raus, man kann nicht meckern. Ja, jetzt kleiden wir uns ein. Wir haben sehr viele Trikots dabei. Basketball und Fußball. Wir machen ein schönes Mannschaftsbild. Und um 8.30 Uhr haben wir schon die ersten Games. Da kann einer in der Gruppe schreiben. Gucken, wie viel wir an die stehen. Das ist auch eine schöne Woche. Ja, hallo. Danke. Sehr gut vorbereitet. Wir haben das richtige Trikot an. Das kann nur gut werden. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Wie ging es aus? 19.17. Ja, Junge! Jetzt bist du König geworden, kommst am längsten. Hallo? Am Glaser, mein Lieber. Nein, du, das ist einfach ein ganz simples Otter. Fußball ist halt so einen breiten Sport, weiß es kann jeder. So, so nämlich. Was bringt es, wenn du gut bist? Nein, da kommt es aufs Gesamte über Basketball. Das sind die richtigen Sportarten. So einfach ist es. Sehr geehrte Damen und Herren, im Hintergrund sieht man jetzt die HSBA, die duale Hochschule. Dort haben wir auch einige Coaching-Memberter. Aber ich glaube, die sind diesmal nicht dabei. Die Hälfte des Spieltags ist quasi rum. Basketball, zwei Spiele, zwei Siege. Morgen ist das Halbfinale. Wir spielen gegen die Uni aus Bozen, meine ich. Gegen die Italiener. Der Klassiker, Deutschland gegen Italien im Basketball. Und im Fußball steht es noch aus, da haben wir jetzt drei Spiele hintereinander. Das heißt, sie wussten, dass wir da einfach die beste Condi haben. Und deswegen lassen sie uns einfach nochmal schön testen. Die Karrieremesse wurde offiziell beendet. Und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas retten können. Wir spielen. Wir spielen. Wir spielen. Ich bin Spielertrainer. Let's go! Oh! 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 Vorne dribbeln, Tor schießen, Gewinn. Also, 3-4-2. 3-4-2 Pressing. Lässt sich fallen! Schwalbe! Wie ist das Schwalbe-Zeichen? Schwalbe! Der Tim ist richtig gut. Los geht's! Los geht's! Erste Halbzeit. Ja, gut, der Schiri ist halt auch von Maastricht. Einzige Gegenfahrt, das wir bekommen haben, war, weil der Schiri nicht gepfiffen hat. Schutz an! Sieht runter! Ja! Ja! So, die ersten Spiele sind vorbei. Basketball sehr erfolgreich, Fußball, man sieht die Blasuren. Der Einsatz wurde gezeigt. Am Ende des Tages muss man anerkennen, waren andere Teams besser, aber so ist es halt manchmal im Leben. Man muss aus den Niederlagen lernen und die Fehler verbessern fürs nächste Jahr. Aber Basketball ist jetzt unsere Hoffnung für morgen, ne? Das würde ich sagen, ist auch Maastricht, wie es leibt und lebt. Der Regen hat aufgehört und jetzt ist Pre-Game. Pre-Game. Pre-Game it is. So, glaubt ihr, einer soll rein und Bescheid geben, dass wir chillen oder checken ihr das? Prost! Prost! Sehr nice. Mal schauen, wie lang es dauert, bis es wirklich füllt geht, aber bisher sehr, sehr gut. Wie viele Leute sind am Start? David, wir sind hier im Komplex. Wir sind ca. 1500 Leute am Start. Was sagst du dazu? Ja, knallt, knallt! Unser Lieblings-Klumpe Maastricht! Ja, 10 von 10 auf jeden Fall! Schönen guten Abend. Wir versuchen jetzt in unsere Gated Community einzufahren. Aber der Kennzeichen-Erkenner erkenne mein Kennzeichen nicht. Jetzt hat es geblinkt. Jetzt funktioniert es. Wohl auch nicht. Sowas versaut einen dann den Arm, ne? Alle super gewesen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt funktioniert, wenn ich die ganze Zeit nach hinten oder nach vorne fahre. Ich fahre vielleicht mal ein bisschen kurviger. Jetzt aber. Jetzt aber. Jawohl. Hartnäckigkeit zahlt sich immer aus im Leben, ne? Ist halt wie, wenn man sich irgendwie auf Praktika bewirbt, erst mal ein, zwei Absagen bekommt. Dann muss man halt auch Weiterbewerbungen machen, ne? Da darf man halt nicht dann rumheulen oder so. Sondern man weiß, man muss Gas geben und irgendwann öffnet sich auch dann die Schranke und man bekommt Zugang zu einem unglaublichen Netzwerk im Rahmen von solchen Praktika. Und genau das Gleiche hat sich jetzt auch hier heute mal wieder bewahrheitet und es wird sich jedes Mal aufs Neue bewahrheiten. Mit dem einfach am Ball bleiben und irgendwann erreicht ihr euer Ziel. Genau wie wir jetzt gerade. Jaaa, Finale! Ja, wunderbar. Also eigentlich hatten wir auf dem anderen getämpft. Wir haben einige ehemalige Bundesligaspieler, aber Maastricht hat einige Dreier geworfen und hat tatsächlich gewonnen. Und jetzt Maastricht-Kampf geht ins Finale. Wer denkt, ihr macht's? Ähm, ich kann's nicht sagen. Ich glaube, Maastricht leider. Ja. Wir haben gute Energie. Let's go. Finale. Jetzt zählt's. Jetzt wird gewonnen. Wir haben gewonnen. Also ihr merkt es mir an. Finale war anstrengend. Aber wir haben gewonnen. Ja, top. Also wirklich wichtig, dass man im ersten Jahr, wo man hier war, direkt abgeräumt hat. Ruf gerecht geworden, ne? Top performt. Ohne Vorbereitung. Was ist dann wohl nächstes Jahr, wenn wir uns vorbereiten, ne? Ja, geil. Albin auch möglich. Albin auch möglich, auch wenn man nur Dritter geworden ist. Ja, ja, ja. Und nochmal ein fettes Dankeschön an Consilion für das Sponsoring der Trikots im Basketball sowie im Fußball. Und ein dickes, dickes Dankeschön geht raus. Letzte Einlage ist Cheerleading. Ja, schauen wir mal, wer gewinnt, ne? Kommtgitglieder und försuchzen. Ja. 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 Sag, ich bin es spannend. Wir haben Geduld weg. Ja. Hast du schon jetzt vor? 1910 und oben. Ja. 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 Mission war erfolgreich, der Pokal ist dabei, wirst du den Pokal noch in die Kamera halten? Ja, Mission war erfolgreich, was sagt ihr, Leute? Nächstes Jahr mit ein bisschen mehr Leuten am Start, aber ein sehr, sehr geiles Event. Vielen Dank an Maastricht für die Einladung. 10 von 10 Recommendation und nächstes Jahr werden noch ein paar mehr Pokale mit nach Hause genommen, würde ich sagen. Und dann vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zum Überlaufen einfüllen und damit begrüßen wir euch zum heutigen Abendprogramm. Wir sind jetzt noch eingeladen auf eine richtigen Maastrichter Home-Party. Und dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Perfekt, bis gleich, gell? Ciao! Laut der Musik sind wir auf jeden Fall richtig. Was sagst du? Safari ist heute das Motto. Wir sind hier so ein Ranger und hier sind auch die Leoparden am Start, also auf jeden Fall. Und damit, meine lieben Freunde, beenden wir den heutigen Vlog. Bis dahin viele Grüße, euer David. Wir sind zurück in Frankfurt. Der Pokal ist da, wo er hingehört. Und ja, damit möchte ich mich auch verabschieden bei allen, die hier zugeschaut haben. Vielen Dank an alle wirklich, sowohl an unsere Coaching-Member, die mit dabei waren und uns hier diesen Pokal geholt haben. Vielen Dank auch an das gesamte Team vom Royals Cup. Und natürlich auch Danke an alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den ganzen Business Schools, die uns angefeuert haben, die nüchtern oder nicht ganz nüchtern mit mir Bilder gemacht haben. War richtig geil. Wir freuen uns und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Und dort wird dann hoffentlich mehr als nur ein Pokal mit wieder nach Frankfurt genommen. Wir freuen uns auf. Wir freuen uns auf. Untertitelung des ZDF, 2020